Wir kommen von der anderen Seite her. Wir können heute etwas erzählen, dass es noch ein Duvel trägt. Wir gehen hier in die Elemente. Aber wir möchten sie spielen, wo sie grossen Schwierigkeiten erfüllen. Wie hat es in dieser Welt, oder wie ein Lebenswesen, hat es seine Berechnungen auf diesem Planeten? Teilweise sind die Daten extrem wichtig verabgelassen. Hier sind die Elemente, die die Lebenswesen vorgesehen haben. Wir sehen uns, dass sie einen aktiven Ansatz haben. Sie sehen, dass sie die Torebricht und die Torebricht sind in Bäumen. Manchmal haben sie eine Haube, die in den Keimen sind, die aus dem Schatten wieder grüne Weinbaden und dann kann es rot werden. Aber sie sind nur so aktive Gärtner, sondern sie Gärtner im Grau-Hugstein.